hallo willkommen zu einer weiteren runde von airborne kinder und mit eurem entspannung der versprechungs opa mr damdos so wir sind ich bin am start ihr seid am start unser königreich unser fliegendes ist am start wir sind alle am start und auf geht's ja so karte ein blick aufblicken wir sind auf der richtigen flugbahn ich immer so nach unten ich bin dann hier mit der tastatur beschäftigt welche taste muss ich denn drücken um welche funktionen abgreifen zu können und ich kann nicht blind tippen ich habe es irgendwann mal versucht spaßeshalber irgendwie so für mich persönlich soja hier haben wir auch mal den hier und ich bin immer kläglich gescheitert ich weiß nicht warum es einfach nicht geklappt und irgendwann habe ich dann aufgegeben man kann nicht immer alles können das ist glaube ich auch eine illusion man kann sehr vieles lernen das ist ganz klar aber man muss auch zu manchen dingen da muss man einfach ein ader zu haben talent für haben wie auch immer oder einfach auch den nötigen ehrgeiz was auch immer auf jeden fall war mir das nicht vergönnt so wir düsen hier an den zerrütteten inseln vorbei das ist also noch nicht unser ziel was wir da so in der ferne gesehen haben das wäre auch ein bisschen seltsam gewesen na gut wir haben zwar das andere da gesehen aber egal es wird schon wieder nacht wie sieht es überhaupt aus kohle ist okay nahrung sowieso ach so verdammt darf das nicht aussehen muss mich dafür selber immer entschuldigen entschuldigen und neige dazu dinge zu vergessen beziehungsweise so aus dem aus dem blick zu verlieren zu verlieren nicht unbedingt zu vergessen wir haben doch hier diese sache mit den söhnen mit den sehnsüchten geborgenheit genau das war das problem was die hatten ja und wir sind aktuell sind wir auch noch beschäftigt hier mit der verbesserung der propeller das dauert noch zehn stunden meine güte erst dann kann ich mich hier um die begrünung also für die geborgenheit kümmern ist natürlich jetzt nicht ganz so toll und nicht ganz so dolle gebe ich zu bisschen stoff haben wir also leinwand das sollte gehen ja wir müssen hier erst mal abwarten halten das ist immer so ich will das auch nicht unterbrechen oder so noch sind hier insgesamt zufrieden und ja nur ich darf das nicht komplett aus den augen verlieren das wäre tödlich auf Dauer so das ist so ich wollte ja mal ein bisschen gucken wie sieht er denn hier aus mit 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 bücherei und andere geschichten und so schon wieder feierabend für ihn wer ist das bestimmt eine ansiedlung ne unbekannte siedlung ist jetzt erstmal unwichtig das ist das unser ziel ich bin jetzt gerade so irritiert weil diese balance da irgendwie in der gegend rum fliegen oder ich sicher dieses leuchtfeuer das würde eigentlich bedeuten ja das ist richtig dann müssen wir doch da so lang ja wir können natürlich wieder mitten in der nacht mehr oder weniger ja doch mitten in der nacht kann man sagen kommen wir da an im dunkeln im dunkeln ist gut dunkeln kein wunder dass ich nichts sehe wenn es schon nicht alles dunkel ist apropos nichts sehen wie sieht es hier mit unserem fliegenden königreich aus das ist ein bisschen kopflastig ich glaube das hat sich letztens schon irgendwie erwähnt in einer der letzten folgen dass wir so ein bisschen probleme haben mit der kopflastigkeit aber da wir ja früher oder später hier wohnblöcke brauchen dürfte sich das problem in anführungsstrichen relativ schnell erledigt haben so ich noch ein bisschen wurskorrektur herrliches kapp die einwohner des herrlichen kapps frohlocken im neuen lichte der großen feuerbrunst ich sehe da nix von ich sehe da nix von von wegen großer feuerbrunst hier ist alles duster ja wir fliegen hier in der absoluten dunkelheit durch die gegend soviel zu der feuerbrunst sie sind davon überzeugt dass wir das königrechte lüfte der prophezeiung sind naja immerhin einige anwohner schließen sich uns gar an ich habe es gerade noch gesagt gut das hat gerade so gepasst 120 von insgesamt 120 sind besetzt da haben wir aber Glück gehabt so schließen sich an achja wir müssen ihnen ein himmelsfeuer bauen um sie mit den restlichen ländern zu verbinden die wärme der großen feuerbrunst war in jedermanns herzen es musste wie alles auf dem lande gepflegt werden doch vergangene fehler würden sich nicht wiederholen ich bin da nicht so überzeugt auszug aus der verwirklichung der prophezeiung von mula ab dem zweiten chronisten wenn ich mir so angucken was auch in der weltgeschichte so was passiert da werden vergangene fehler ganz gerne wiederholt bauer an den himmelshafen dies ist erfordert die jahre blablabla wir brauchen 15 holz und 10 von diesen stoffen naja gut wir haben 74 das dürfte passen zwei weitere arbeitsteuer das ist auch kein problem dann schicken wir die nur runter ich geh mal hier und mach wieder mal den dreifachen hulub den doppelten august wie auch immer und dann sollen die mal den himmelshafen da bauen die müssen ja erst mal da runterfliegen ich vergesse das immer dass sie die eine gewisse Zeit brauchen die müssen ja da runter und dann erst können die natürlich mit der bauerei anfangen so da wird auch schon hier da sieht man eifrig hin und her geflogen und gesucht und so weiß ich was wo wird denn hier irgendwas gebaut sieht man das hier da ist irgendwie so da ist irgendwas im gange aber ich kann leider die kamera nicht 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 bewegen wenn er hier am bauern ist und so gemacht und das geht irgendwie in diesem spiel nicht ja ist halt so so das heißt wir können also erst sehen wenn das ding da fertig ist was der himmelshafen jeweils sind wir und dann gucken wir mal unsere arbeiter haben den neuen himmelshafen fertig gestellt und so haben wir einen neuen verbündeten ja das ist ausgezeichnet das freut mich das ist sehr schön so da ist der nächste bummel wir haben den das herrliche cup ist jetzt oder herrliches cup ist jetzt mit uns verbündet das ist ausgezeichnet auch noch zwei weitere dann sind wir hier durch juhu da wird großartig gefeiert so gehört sich das so oh wir sind jetzt oh 125 ups es ist nicht gut wir werden uns anderen angelegen ja ja moin moin das fertiggestellte himmelsfeuer verbindet das herrliche cup nun mit uns und seinen Nachbarn wie es der Brauch will überlassen sie uns fünf Einwohner nachfahren der Vertreter des alten großen Rates um uns bei der Verwirklichung der Legende zu helfen außerdem liefern sie uns nun jeden Tag plus sechs Baumwolle das heißt da brauchen wir uns auch nicht mehr darüber zu kümmern da sie nun mit den Himmeln verbunden sind dürfe das kein Problem sein wir müssen die anderen Königreiche äh kollektive Geflogenheiten und bla und wo und alle sind glücklich ressourcen ich könnte ein bisschen Kohle nachkaufen ich wollte jetzt nicht das große Problem sein kohle 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 naja da ist aber kohle das holz das ist immer noch holz äh sehe ich die nicht oder kann ich die hier nicht nachkaufen ach ja äh ich hatte da ja sorry äh ich mach mal ich sag jetzt gar nichts mehr äh 15 komm 16 geht aber ganz schön ins Holz hier 17 machen da nichts 20 19 muss reichen lage sowieso voll und wir sind ja auf 113 runter äh wir haben das glaube ich ein bisschen äh widmen uns anderen Angelegenheiten gut das könnte ich auch noch kaufen aber naja ich will es nicht übertreiben äh wo muss ich hin was ist los äh andere Angelegenheiten soo da zurück hier bitteschön einmal die Flieger hin ne 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 7 8 so dass wir da so ein bisschen äh Quarz nachholen wir bekommen jetzt außer lehm kommen wir und quaz bekommen wir mittlerweile so alles geliefert jede menge holz bisschen eisen und jetzt demnächst auch äh sind sie schon dabei quaz die nächstes tönigreich oh nee umblick 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 dringend weiteren wohnraum jaaa das habe ich das ist jetzt nicht das problem aber ich werde das ganz einfach so wie ich das hier gemacht habe dann dass ich die entsprechenden Quartiere hier oder 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 die 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 dorf viertel entsprechend hier einheitlich gestalte einheitlich aufbaue setze ich die einfach mal hier so hin mal hier dann das gleiche spielchen an dieser stelle ach wo kommst du denn her ich habe mich da einfach so irgendwie hin platziert aus irgendwelchen gründen hm egal mach jetzt mal weiter vor allem brauche ich da jetzt nur einen und auf der gegenseite keinen das habe ich dann wieder gemacht halbe arbeiten oder nicht richtig gut eins von beiden so wohnblock dann so bleiben ich kann darüber auch so rumdrehen ich mach das mal so da einer hin da einer hin das gleiche spielchen machen wir hier äh wo ich jetzt nicht drauf drauf geachtet macht er immer nur einen also ist er nur immer moment mal wohnblock äh ein wohnblock bietet einem einwohner ein dach über den kopf das heißt damit komme ich nicht aus dass kein problem ist wir haben wir haben genügend mit möglichkeiten 83 bäume ja komm egal ich mach die ich mach die etagen hier komplett das passt und jetzt sind wir damit erstmal durch und ich hab dann wenn die fertig sind entsprechend wohnraum ich schau grad mal wie viel dabei jetzt rumkommt insgesamt ihr wisst der kopf rechnet ist nicht so meine stärke so 122 123 leute können jetzt wohnen 124 und das ist schon mal gut die sind also komplett schon mal versorgt das sieht ja lustig aus na gut die gesenkten köpfe sind jetzt nicht so lustig aber 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 so ein gänsemarsch lang spazieren das ist schon nicht schlecht so ok da werden die teile hochgezogen wir sind bei 131 angekommen und 132 sind es jetzt sehr gut sehr sehr gut ja achso ich mach mal ganz kurz hier auf pause sorry ähm ähm wo hab ich den da so Moment äh sehnsüchte straßenlaterne bumm dann ist auch ein bisschen mehr licht so ja so wie war das jetzt wir haben 125 ne Ich glaube für 125 Einwohner durch nahe Gebäude, also das ist komplett abgedeckt, das ist cool. Immerhin, immerhin, immerhin. Ja, das mit der Geborgenheit, das ist dann die nächste große Aufgabe. Aber noch sind wir nicht so weit. So, ich würde auf jeden Fall jetzt noch ein Königreich hier machen wollen. Ganz klar, wir müssen, ich blicke in die falsche Richtung, wir müssen da lang. Ähm, noch sein, dass ich ein bisschen weiter hier rüber muss. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ich und die Steuerung. So, es ist noch besser, dann fliegen wir, glaube ich, direkt auf Zug. Aber hier würde ich scannen, die ganze Geschichte ein bisschen schneller. Wobei, Moment, Augenblick, nee, gar nicht wahr. Ich will mal so ein bisschen links und rechts gucken. So, damit würde ich mich dann den, genau, diese Geschichte hier, äh, mich darum kümmern. Schafft eine behaglichere Atmosphäre für die Einwohner. Plus eins, Geborgenheit, um weniger angenehme Bauwerke auszugleichen. Lässt sich unendlich oft verbinden, sodass nur ein Teil an einem Weg angebracht werden muss. Achso, okay, okay, ich verstehe, alles klar, ja, ja, ja. Äh, benötigt 0,5 Auftrieb, äh, wie sieht es damit überhaupt aus? Da haben wir noch ein bisschen Luft. Äh, Baukosten, ein Tuch, erforscht in zwei Stunden. Let's go. Ähm, so. Äh, ja, der fliegt weiter, das ist... Entschuldigung, der Kaffee meldet sich. Ähm, dann ist soweit, okay, ich sehe hier, ich sehe hier 0, ne, also, also, äh, jetzt, also ich sehe schon hier was, aber ich sehe hier nicht das, oh, was wir irgendwie vielleicht gebrauchen könnten. Ich sollte vielleicht so ein bisschen Lehm nachtanken bei der Gelegenheit. Das gerade. Okay, mein Corona. Mein Untätig. Okay. Ähm, die spürten sich da runter. Da ist Wasser. Oh, 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 oh. Und wir sind jetzt, äh, noch ein paar Männiges mehr. Dann würde ich das bevorzugen, wenn wir uns mal hier so ein bisschen um Wasser kümmern. Geht momentan noch nicht, sind doch zu weit weg. Ähm, so, äh, ein bisschen schneller, das Ganze. Ich weiß nicht, also, die schreiben ja, ne, von wegen, ähm, Beschleunigung hier, Beschleunigung da, die sind, äh, schneller geworden. Und das hat er nicht gesehen, ähm, jetzt auch die Propeller bringen mehr Leistung. Ich hab immer das Gefühl, als wenn er hier gleich mit der gleichen Geschwindigkeit durch die Gegend düst. Also, ich hab jetzt nicht so das Gefühl, als wenn er, wow, wie umheilig schnell wäre. Vielleicht täuscht das auch, aber, hm. Neue Forschung möglich. Oh. Nachdem wir nun wissen, wie man Begrünung und Klinik baut, kam uns eine Idee für ein neues Gebäude. T-Garten. Langsam dreht er am Rad. Öffne den Technologiebaum und, äh, öffne den Technologiebaum und begib dich zu Sehnsüchten, um mehr zu erfahren. Das können wir gerne machen. So, ja, hier schließen, sonst, äh, hoch. Neue Forschung, jetzt geht's, oh, 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 oh. Neue Forschung möglich. Nachdem wir nun wissen, wie man Minarett und Begrünung baut, kam uns eine Idee für ein neues Gebäude, Tempel. Ich hab erst gedacht, das ist ein Kramophon. Ich muss nicht sagen, wollen ich jetzt die Musik machen, wäre schön gewesen. Aber es soll ein Tempel sein. Okay. Öffne den Technologiebaum und begib dich zu Sehnsüchten, um mehr zu erfahren. Das hauen sie uns mit den Sehnsüchten um die Ohren. Ich geh mal ganz kurz hier auf Pause. So. Äh, begrüßen. So, alles klar. T-Garten. Verleiht plus 5 Geborgenheit und außerdem Gesundheit für 20 Einwohner. Oh, uh, interessant. Baukosten, 5 Holz, 3 Eisen, 3 Glas, 3 Lehmziegel und wir brauchen 5 Leute, um den Teegarten zu betreiben. Ja gut, das ist halbwegs realistisch. Dann, was ist hier mit dem Tempel verleiht in einem großen Radius plus 10 Geborgenheit und Glaube. Ja, macht Sinn. Äh, Baukosten 10 Holz, 5 Lehm, 5 Tuch, 5, äh, Glas. Wir brauchen 8 Leute, um den Tempel zu betreiben. Respekt. Ähm, dann nehme ich lieber den Teegarten. Beides in 16 Stunden erforscht. Ich fange mal hier, ne, also lernen können wir dazu schon mal. Wir müssen ja nicht, äh, beziehungsweise, Moment mal, wir tragen ja sonst noch auf der Pfanne. Äh, Innenaugenblick. Wir haben hier immer noch die Flossen nicht drin. Äh, Moment, ich hab 8 Untätige, sehe ich gerade. Sind da die schon mit bei, die jetzt aktuell mit dem Fliegen beschäftigt sind, oder habe ich die, ich glaube noch nicht. Wieso habe ich immer nur 8 Untätige? Dann kriegen wir 10.000 Leute und dann bleiben irgendwie nur am 8, wenn ich das umgeregt. Äh? Egal. So haben wir den Flossen aber noch gar nicht gemacht. Ähm, Kohleverbrauch und so, und so weiter und so fort. Und, ja, Fragen über Fragen, aber wir haben halt so ein paar Möglichkeiten. Und das ist schon mal ganz gut. Das erfreut mein Herz. Und ich würde sagen, wir werden uns mal um das ein oder andere kümmern. Aber erst, Moment, Mauszeiger aus dem Weg. Wir werden uns um das ein oder andere kümmern, aber erst ab der nächsten Folge, wie ihr schon ganz richtig vermutet habt. Ja, das wird so sein. Wir werden uns erst da wieder drum kümmern, tut mir ja sehr leid. Eigentlich gar nicht. So, nee, für diese Folge ist erst mal Schluss. Ich bin wieder raus, ja, Mickey Maus. Und, äh, würde sagen, wie immer, vielen, 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 vielen lieben Dank. Für euer Dabeisein, für dein Dabeisein, für eure Unterstützung und für deine Unterstützung. Herzliches Dankeschön. Äh, macht es gut, genießt die Zeit und auf bald. Velgasischicias-Modcast. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020